Servus Allerzaam! Ich bin wieder ein wenig durch unsere heimatlichen Wälder unterwegs und habe gedacht, ich nehme euch einfach einmal mit. Heute sind wir am großen Waldstein, genauer gesagt etwas außerhalb der kleinen Ortschaft Rheinersreuth, oder wie der Frank ist so genannt, Hanneschreit, um den Reliktinnen der Rheinersreuther Drahtseilbahn hochzugehen. Und was soll ich euch sagen? Eine erste Spur habe ich tatsächlich schon gefunden. In Form dieser relativ deutlich sichtbaren Schneise, die der hinter mir Erkenner kennt. Man fragt sich natürlich, warum um Himmels Willen kommt jemand auf die glorreiche Idee, mitten durch den Wald eine Drahtseilbahn zu bauen? Wobei man sagen muss, dass die Hintergründe unglaublich interessant sind. 1889 hat Dr. Erwin Goller, studierter Geologe, den Steinbruch Felsler auf dem Waldstein gekauft. Und kurz daraufhin hat er unten in Rheinersreuth die Rheinersreuther Granitwerke gegründet. Jetzt musste sich natürlich was einfallen lassen, um diese teils tonnenschweren Steine relativ einfach, schnell und kostengünstig den ganzen Weg ins Tal transportieren zu können. Und dazu ließ er 1893 eine Bergbremsbahn bauen. Das ganze System hat also tatsächlich nach dem Gewicht-Gegengewicht-Prinzip funktioniert. Die Steinblöcke sind oben im Steinbruch auf die Waggons geladen worden, anschließend durch ihr eigenes Gewicht ins Tal runtergefahren und haben währenddessen über ein Drahtseil und eine Umlenkrolle die leeren Waggons nach oben gezogen. Im Granitwerk selber hat man die Blöcke noch abgeladen und beispielsweise zu Platten zerschnitten oder auch Kunstwerke draus gemacht, die man anschließend mit Hilfe der Lokalbahn Münchberg-Zell über den Bahnhof Münchberg so gut wie in alle Welt exportieren konnte. Bis 1964 hat die Bergbremsbahn wunderbar funktioniert. Ich konnte in den Quälen tatsächlich keinerlei großen Störungen oder Probleme nachweisen. Aber es gab eine Nutzergruppe, die hat sich mehr und mehr und auch immer deutlicher darüber beschwert. Und zwar die Autofahrer. Oben am Waldstein hat die Trasse der Bergbremsbahn den Waldsteinpass gequert. Und das hat natürlich dazu geführt, dass immer wenn ein Waggon ins Tal unterwegs gewesen ist, die Straße abgesperrt werden musste. Als in den 60er Jahren der Autoverkehr immer mehr zugenommen hat, hat man sich am Ende dazu entschieden, die Bergbremsbahn stillzulegen. Und die Steinblöcke fortan über LKWs nach Rheinersreuth zu transportieren. Heute ist von diesem, wie ich finde, wirklich tollen Kapitel unserer Industriegeschichte leider nicht mehr allzu viel übrig geblieben. Neben der großen Schneise, die ihr noch sehen könnt, kann man hier und da im Wald noch ein paar kleine Steinbrocken entdecken, auf denen früher die eisernen Schwellen gelegen haben, über die man dann die Gleise geführt hatte. Ich habe das Ganze für euch einmal nachgestellt, damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, wie das damals ausgesehen hat. Wenn ihr euch selber mal auf eine Spurensuche entlang der Rheinersreuther Drahtseilbahn begeben wollt, dann fährt einfach direkt in Rheinersreuth zu den Granitwerken hin, die sind ausgeschildert, parkt euer Auto außerhalb des Werksgeländes, knapp unterhalb des Waldrandes und geht anschließend über den dort anfangenden Waldweg einfach mitten in die Natur hinein. Dann kommt ihr direkt zu der ehemaligen Trasse. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Entdecken und sage bis zum nächsten Mal. Ade dabei. Servus.